Hallihallo liebe Leute, nachdem ich mir ein wenig Zeit gelassen habe mit weiteren Tipps, zeige ich euch heute ein paar Kniffe, um in Atlas Reactor ein bisschen besser zu werden. Dieses Video richtet sich vor allem an Einsteiger, die gerade mit dem Spielen von Atlas Reactor begonnen haben oder beginnen möchten. Die Grundstruktur des Spiels sollte inzwischen vertraut sein. Falls nicht, schaut euch dieses kurze Video hier an. Kommen wir zu den Steuerungstipps, die leider im Tutorial nicht so erklärt werden. Als erstes gibt es die Möglichkeit Wegpunkte zu nutzen, was ihr oft tun solltet, um zum Beispiel zu vermeiden, dass ihr einem Verbündeten folgt. Zwar ist es manchmal hilfreich, einem Verbündeten zu folgen, zum Beispiel um ihn zu unterstützen, allerdings will man ganz oft an den Punkt, wo der Verbündeter momentan diese Runde ist, nächste Runde oder am Ende dieser Runde hinlaufen. Und das ist nicht möglich, indem ihr einfach auf den Punkt klickt, sondern ihr müsst einen Wegpunkt davor setzen und dann auf den Punkt klicken. Dann lauft ihr wirklich nur an diesem Punkt, ohne eurem Verbündeten zu folgen. Das gleiche ist auch für, wenn ihr an den Gegnern sitzt, falls ihr da mal hinlaufen wollt. Die andere Variante ist natürlich, damit Extras auf dem Weg zu eurem Ziel mitzunehmen, um zum Beispiel einen kleinen Schlenker zu machen, dieses extra mitzunehmen und dann weiter in Deckung zu laufen. Das solltet ihr wirklich dringend tun, weil es wichtig ist, wo ihr euch positioniert und wie ihr euch positioniert und dass ihr Sachen, die ihr mitnehmen könnt, auch mitnehmt. Außerdem gibt es noch die Alt-Taste. Wenn ihr diese während einer Runde gedrückt haltet, seht ihr die Cooldowns und die Symbole der Fähigkeiten. Damit ist es zum Beispiel, wenn man die Symbole kennt, möglich zu wissen, ob der Gegner ausweichen kann oder nicht. Im Idealfall wollt ihr nämlich immer den sicheren Schuss nehmen auf einen Gegner nicht ausweichen kann oder sehr unwahrscheinlich ausweichen wird. Damit kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt, der Teamkoordination. Da komme ich erstmal bei einer Teambewegung oder bei der Bewegung im Team, würde ich erstmal darauf hinweisen wollen, dass zu weites Aufteilen auf jeden Fall vermieden werden sollte. Wenn ihr nämlich nicht auf den gleichen Gegner schießen könnt, dann habt ihr einen definitiven Nachteil. Die Ausnahme ist hier ein bisschen nix, weil er hat eine Reichweite, die bei den meisten Karten über die Hälfte der Karte reicht und damit kann er, weil er auch sonst nicht ausweichen kann, sich deutlich abgesetzt vom Team bewegen und trotzdem noch wirken. Auf der anderen Seite sollte man nicht zu nah aufeinander stehen, also nicht einen Haufen bilden, da das dem Gegner sehr einfach macht mehrere Ziele zu treffen. Insgesamt, wenn man dieses beides zusammenfügt, sollte man so einen mittleren Abstand halten von drei, vier Feldern zwischen den einzelnen Charakteren, um es halt dem Gegner zu erschweren mehrere Ziele zu treffen und gleichzeitig aber noch einem selbst das Team zu ermöglichen, ein Ziel zu fokussieren und zu töten. Dabei sollte man darauf achten, dass man sieht, wo Verbündete hinlaufen wollen und wohin sie schießen wollen. Beim hinlaufen sollte man vor allem darauf achten, dass man nicht auf den gleichen Punkt entweder mit einem Ausweichfähigkeit geht oder auch auf den gleichen Punkt läuft, da nur ein Charakter auf einem Punkt stehen kann und dann einer von euch beiden irgendwo mitten ohne Deckung rumsteht, was natürlich extrem schlecht ist. Kommen wir also dann zur Zielauswahl bzw. den Entscheidungen im Team. Als Grundsatz sollte immer gelten, dass ihr überleben wollt, da jedes Mal, wenn ihr sterbt, eben gegen einen Punkt gebt, geht Überleben immer vor Schaden erzeugen oder einem Kill erzeugen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo man halt eine Ulti richtig gut treffen kann oder sowas, aber als Einsteiger würde ich euch empfehlen, erst mal zu überleben und dann versuchen, wie kann ich Schaden machen oder mich ranzutasten, wie kann ich gut Schaden machen. Man sieht im Team auch, wie gesagt, wo andere Teammitglieder hinschießen werden und man sollte auch darauf achten, um möglichst das gleiche Ziel anzugreifen, unter der Voraussetzung, dass es unwahrscheinlich ist, dass Ziel ausweichen wird. Wenn zum Beispiel ein Gegner, der eigentlich ausweichen könnte, volles Leben hat, ist es häufig nicht der Fall, dass er ausweicht. Da kann man dann doch schon mal voll drauf halten und so versuchen, schnell einzelne Gegner zu töten, weil jeder getötete Gegner bringt euch erstens einen Punkt und zweitens ist das ein Gegner, der zwei Runden lang nicht mitspielen kann, also der nicht aktiv eingreifen kann, was euch entweder weniger Schaden oder dem Gegner weniger Heilung bringt. Von daher ist es eine Win-Win-Situation und da kommen wir schon zum Zielauswahl. Ich habe es gerade kurz schon angerissen. Man sollte ein Ziel auswählen, das wenig oder gar keine Ausweichmöglichkeiten hat. Der Catalyst ist immer eine Möglichkeit auszuweichen, aber wenn ihr den früh schon bei einem Gegner triggern könnt, also den Gegner dazu verleiten könnt, diesen Catalyst zu benutzen und er sonst keine Ausweichmöglichkeiten hat, ist er dann relativ einfach, immer wieder zu töten. Solche Ziele sind zum Beispiel viele Supports. Der Quark kann nichts machen, ne? Ja. Weil nur zwei Supports überhaupt ausweichen können und der schon bereits angesprochene Nix, der Sniper, ist auch ein Charakter, der gar keine Ausweichmöglichkeiten neben seinem Catalyst hat. Wenn ihr an den rankommt, wäre es super, diesen zu töten oder zu erfolgen und zu töten. Außerdem, um das alles zu koordinieren, weil man kann sich ja jetzt selten mit den Leuten, wenn man alleine zum Beispiel spielt, absprechen, solltet ihr dringend die Ping-Typen. Wie bei LOL gibt es hier unterschiedliche Ping-Typen, zum Beispiel ein Ping-Typ für Gefahr. Das könnte man zum Beispiel auf einen Gegner machen, der seine Ultimate-Fähigkeit bereit hat und in einer ganz guten Position trifft, um zwei oder mehr von euch zu treffen. Weil dann ist es oft schon der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, okay, die benutze ich jetzt. Oder zum Beispiel, wenn das Spiel gerade losgegangen ist, das Match, dann kann man damit anzeigen, auf welche Seite der Karte sich das Team bitte bewegen sollte, weil man sich selber dahin bewegt. Also ich benutze das ganz oft, indem ich, wenn ich zum Beispiel den Frontliner-Spiel im Bewegen-Ping benutze, dass ich dorthin gehe, in der Hoffnung, dass meine Teammitglieder dann schalten und auch dorthin gehen, weil ich bin ja der Frontliner, mich wollen sie zwischen sich und den Gegnern haben. Dann kommen wir zum dritten großen Teil. Man sollte versuchen, die Gegner zu lesen. Das ist am Anfang sehr, sehr schwer. Das kommt vor allen Dingen mit Erfahrung. Aber zum Beispiel bei einem Gegner, der eine Ultimate bereit hat und in einer guten Position ist, wie es gerade schon angesprochen hat, dann sollte man doch eher ausweichen. Einfach wegen dem Grundsatz lieber überleben und nicht den Schaden in der Ultimate fressen und dann nächste Runde gucken, was man daraus macht. Für einen Anfänger, wenn ihr könnt, ausweichen, falls euch ein Gegner und vielleicht noch einen Verbündeten mit einer Ultimate-Fähigkeit treffen könnte. Wenn eine Ultimate-Fähigkeit vom Gegner auf einen von euch nur benutzt wird, ist es das eigentlich auch so ein bisschen wert, weil die hat man ja nicht so oft. Da muss man eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie benutzt wird. Wenn man zum Beispiel auch einen Gegner hat mit wenig Gesundheit, der in der Nähe von einem Lebens-Power-Up steht, dann könnte man versuchen, das wegzuschnappen in irgendeiner Form. Auch wenn man selber volles Leben hat, das nützt einfach euch insofern, dass ihr den Gegner immer noch relativ schnell töten könnt. Sonst dauert das noch zwei, drei Runden länger unter Umständen. Oder auch andere Charaktere vom Gegner, wenn die ein starkes AOE haben, dann sollte man sich noch ein bisschen weiter auseinander stellen. Wenn ihr zum Beispiel einen Lockwood gegen euch habt, seine zweite Fähigkeit ist ein sehr guter AOE in so einem 45 Grad Winkel vor sich. Wenn ihr da alle vor ihm steht, da freut er sich drüber. Erstens kriegt er jede Menge Energie für seine Ultimate und zweitens ist es auch meistens noch relativ viel Schaden. Das habt ihr in einem meiner letzten Videos gesehen, wo ich Lockwood im Rank gespielt habe. Das war relativ amüsant für mich als Lockwood. Wenn ihr den Lockwood gegen euch habt, wollt ihr solche Szenen eigentlich nicht erleben. Ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen, vor allem mit den Steuerungstipps. Die solltet ihr euch wirklich einprägen und merken, weil viele Leute damit Schwierigkeiten haben, um diese Aktion einzugeben, die sie eigentlich haben möchten. Und ich denke, mit diesen Steuerungstipps ist es dann wirklich möglich, zum Beispiel dahin zu laufen, wo ihr gerne in der nächsten Runde sein wolltet. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald!